Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 54 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 980 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017